Rente mit 63. Für diese Geburtsjahrgänge wird die Rente mit 63 richtig verlustreich. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Bald geht's los. Die Babyboomer gehen in Rente. So richtig geht's mit dem Geburtsjahrgang 1960 los. Und dann werden so nach und nach rund 13 Millionen Menschen bis zum Jahr 2030 in Rente gehen. Viele der Versicherten wollen oder müssen schon mit 63 in Rente gehen, weil es zum Beispiel körperlich nicht mehr geht, weil sie krank sind oder weil zum Beispiel eine abschlagsfreie Altersrente aufgrund fehlender Wartezeiten einfach nicht möglich ist. Dann riskieren diese Menschen, die in die Altersrente für langjährig Versicherte dann gehen werden, oft erhebliche Verluste in der Rente. Weil der Abschlag mit steigendem Geburtsjahrgang und Rentenbeginn dann auch immer höher wird. Berechnet wird der Abschlag anhand der Differenz der Kalendermonate zur individuellen Regelaltersgrenze und dem Beginn der Rente mit dem 63. Lebensjahr. Und wer zum Beispiel 1950 geboren wurde, der hat eine Regelaltersgrenze von 65 Jahren und 4 Monate. Und der konnte quasi mit 8,4% Abschlag, also 28 Kalendermonate früher mit 63 in Rente gehen. Wer 1960 geboren ist, bei dem liegt die Regelaltersgrenze schon bei 66 Jahren und 4 Kalendermonate. Der kann bezogen auf die 63 Jahre 40 Kalendermonate früher in Rente gehen und kassiert dann schon 12% Abschlag. Und wer 1964 geboren ist, der kann erstmals nur noch mit 67 Jahren in die Regelaltersgrenze oder Rente gehen. Würde dann also, wenn er mit 63 in Rente geht, 48 Monate vorher in Rente gehen und bekommt dafür 14,4% Abschlag. Wer 1964 geboren ist und für wem laut Rentenauskunft eine Regelaltersrente in Höhe von 1800 Euro errechnet ist, bekommt bei Rentenbeginn mit dem 63. Lebensjahr im Jahr 2027 also einen Abschlag von 14,4%. Und das macht in unserem Beispiel monatlich einen Rentenverlust von 259,20 Euro brutto aus. Die Altersrente mit 63 würde dann nicht mehr 1800 Euro betragen, sondern nur noch 1540,80 Euro brutto. Das ist also ein Verlust, der wirklich sehr, sehr wehtun kann. Vor allen Dingen in den heutigen Zeiten, wo die Preise immer mehr steigen, ist man auf jeden Cent Rentenleistung wahrscheinlich angewiesen. Daher mein Tipp, prüfen Sie, ob es nicht andere Wege gibt, wie zum Beispiel mit ALG1-Bezug, den Rentenabschlag zu verringern. Oder wer sich es finanziell leisten kann, mit Zusatzbeiträgen den Rentenabschlag zu mindern oder gänzlich ausgleichen. Oder wer die Möglichkeit als Arbeitnehmer hat, mit dem Arbeitgeber zu reden und versuchen, eine Altersteilzeitregelung abzuschließen, damit man eventuell bis zur individuellen Regelaltersgrenze oder bis zum Beginn einer abschlagsfreien Rente hier eine Altersteilzeit vereinbaren kann. Wenn es gar nicht anders geht, dann muss man leider weiter arbeiten und muss dann hoffen, dass die Renten weiter steigen. Näheres zum Thema vorzeitiger Rentenbeginn finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.